Auf der Suche nach Ihrem neuen Auto können Sie diesen Ford sicherlich nicht übergehen. Ein leistungsstarker Motor ermöglicht diesem Auto seine sportliche Leistung. In der sportlichen Inneneinrichtung finden wir eine Klimaautomatik, einen Bordcomputer und Servolenkung. Haben Sie Interesse an diesem Auto? Kontaktieren Sie uns jetzt und wir stellen das Auto bereit für eine Probefahrt. Untertitelung des ZDF, 2020